Hallo, ich bin Elias Wurm, ich bin 16 Jahre alt und mache gerade eine Lehre im Beruf Informationstechnologie-Betriebstechnik und bin gerade im ersten Lehrjahr. Meine aktuellen Tätigkeiten sind, dass ich hier in der Installstraße jetzt einmal Notebooks aufsetzen, wir führen auch Reparaturen durch bei den Notebooks, PCs, machen auch die Hardwareanforderungen, die werden dann auch ausgeliefert zum Mitarbeiter und dort auch aufgebaut und in Betrieb genommen. Dann gibt es auch noch die Hotline, da können eben die Leute anrufen, wenn sie Probleme haben am Computer. Also aktuell taugt mir eigentlich das Reparieren bei den Notebooks am meisten, einfach das Aufschrauben und die Einzelteile aus- und wieder einbauen, das taugt mir eigentlich am meisten. Bei den Engel taugt es mir, dass sich am Lehrling geschaut wird, dass man gute Aufstiegsmöglichkeiten hat und auch Weiterbildungsmöglichkeiten. Man hat auch ein sehr gutes Arbeitsklima und eine gute Abwechslung in der Arbeit. Als IT-Techniker ist wichtig, dass man schon Interesse generell an der IT hat, an technisches Interesse, dass man teamfähig ist, vielleicht auch ein bisschen Geduld mitbringt. Donneroe 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 那麼 Untertitelung des ZDF, 2020